Abends lang unterwegs und dann fährt der Bus nicht mehr so gut. Kennt ihr das? Ich bin Martin und das geht an alle Neumünster. Ich stelle euch heute ein ziemlich cooles Angebot vor, nämlich hin und weg. Das ist eine günstige und smarte Alternative zum Taxi. Und so einfach geht's. Statt bei irgendeiner Zentrale anzurufen, müsst ihr einfach nur die App downloaden, gebt euren Start und euren Zielort ein und klickt auf Fahrzeug bestellen. Bezahlen tut man im SH-Tarif und einen Fahrtkostenzuschlag von 1 Euro. Das heißt gleichzeitig auch, wenn man schon eine Fahrkarte hat, dann zahlt man eben nur diesen 1 Euro drauf. Der Wagen holt mich dann da ab, wo ich starten möchte und fährt mich an mein Ziel. Und heute ist das ein Bierchen mit Freunden in der Kneipe. Wenn es abends ein bisschen später geworden ist, kommt der Service wie gelegen, weil die Busse nachts nicht mehr fahren. Statt lange zu laufen, gebe ich einfach wieder in der App meinen Zielort ein, lasse mich abholen und so einfach geht das. Insgesamt fand ich es super angenehm. Es ist sehr, sehr leicht, ist sehr schnell, es ist ziemlich günstig. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, hin und weg mal auszuprobieren. Hier findet ihr jetzt alle Infos und ich wünsche euch ganz viel Spaß.